Kastanienfest Alle Jahre wieder lockt das Kastanienfest in Forchtenstein zahlreiche Besucher an. Die Spezialität des Festes, der Kastanienstrudel, war bereits zu Mittag ausverkauft. Es musste trotzdem niemand Hunger oder Durst leiden. Bei Musik, Getränken und kleinen Schmankerl konnten die Besucher heuer bei schönem Wetter das Fest genießen. Für die Kinder war ein kleiner Vergnügungspark mit Luftrutsche und Karussell aufgebaut. Die Zeit verging wie im Flug und wir freuen uns schon auf das nächste Kastanienfest. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020